The day before, meine Mama hat Food gemacht, Reis, das sind so Linsen, Salat, selbst genommenes Brot, love it, das gönnen wir uns jetzt und dann geht's dran an Geschenke packen. Leute, wir haben jetzt die Torte abgeholt, warte, bleib mal stehen. Findest du die jetzt ernsthaft klein? Die sieht größer aus als die... Himbeer-Vanille. Ja, ich riech Vanille schon, aber ich find die ziemlich klein, oder? Oh mein Gott, wie soll ich so ins Auto? Setz dich hin und ich geb dir die. Wie geht's? Nee, dann gibt's noch die Bischof. Nein, warte, setz dich ins Auto. Oder willst du dir die Kombis geben? Nee, ich geb die Kombis. Ja, okay. Also, ich frage wahrscheinlich, das sind so Zuckermandeln, jeder Afgan kennt die. Ähm, ja, das ist so Standard, das gibt man dann immer so mit als, ja, keine Ahnung, ich brauch selber nicht. Jetzt haben wir hier noch so Dinger, die wir zusammenbasteln müssen, dann sehen die so aus am Ende. Bist du dir sicher, dass die oben so aussehen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber so ungefähr und dann kommen da so Gastgeschenke rein und so ein paar Kleinigkeiten. So Leute, wir befüllen jetzt hier so kleine, ähm, ja, ich weiß nicht, woran das sind so kleine Kisten. Jetzt so Süßigkeiten und dann steht da das drauf. So Leute, ich bin ready. Ich hab jetzt einfach ein schwarzes Kleid an mit so puffigen, ähm, seht ihr das? Keine Ahnung, wie man das nennt. Dad's Headdress. Schlicht, aber nice. Und Leute, wir haben da das Auto geparkt, wir haben richtig Angst, dass wir das da stehen lassen dürfen. Nein, wird's nicht, das sehen wir ja dann, wenn's abgeschleppt wird. Ja, aber ich, okay, also mir ist egal. Also wie gesagt, ich könnte da hinten packen. Okay, ich muss jetzt da. Okay, ich muss jetzt da. Outfit check. Outfit check. Outfit check. Ich hab mein Schmuck nicht an. Ich hab den Schmuck an, ne? Ich zieh den jetzt an. Ich hab auch was mit. Zeig mal meine. Outfit check. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Zahne, Nachte, Nemiah, 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 Nemiah.